Oh, ne. Ich will mich weiter verbessern. Ja klar, unbedingt. Cool. Die dann einfach so aufsteht und weg geht. Setz dich so hin, so, ja, cool, ja, tschau. Ja, mach weiter so, tschüss. Diese weisen Worte, das ist einfach, also so weise möchte ich auch mal werden. Hier lernt man doch was fürs Leben einfach. Macht immer so weiter und ihr kommt weiter. Wenn ihr dieses Let's Play schaut, es wird euch für das Leben auch viel mit auf den Weg geben. Das darf man nicht vergessen. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt auch selber weiser. Ja, will ich auch mal hoffen. Oh, wir kriegen fast einen zweiten Sponsorendeal. Fast, fast. Das dauert noch ein bisschen, aber... Wo bleiben denn jetzt unsere Sponsoren? Wir haben immer noch keine bekommen bei Twitter. Ist echt so, voll unverschämt. Ich finde das, ja, weiß ich nicht. Was ist da los? Ich brauche mal langsam neue Schuhe. Ich trage immer dieselben weißen Sneaker. Am besten dann ab jetzt dann Let's Plays mit Fußcam. Mach ich, mach dann auch gerne. Schuhe, hey. Vielleicht so Autorennen, wo ich immer die Pedale zeige und dann zufällig immer geile Schuhmarken einfach einblenden. Deichmann. Hey, hast du was gegen Deichmann? Nein, überhaupt nicht. Markenschuhe so günstig. Gut. So, was haben wir denn jetzt hier? Was haben wir denn da? Mannisch Basin, Liverpool mit 2 zu 0, Mr. Alexander in guter Form. Theo Bellmann, so zum Ausschneiden. Das kennen wir schon, das haben wir schon zum dritten Mal. Ja, der wiederholt sich aber auch, ne? Und Catherine Hunter sagt auch mal das Gleiche. Also, Mensch Leute. Harry Kane, herrliches Tor heute für Mr. Alexander. Hashtag erleichtert mir die Arbeit. Ja, der spielt doch gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung, was der so macht. Oder? Es spielt ja bei uns im Team. Nein, der spielt doch bei uns im gar nicht. Ich weiß es nicht. Guck mal, ob wir das bei Alexander auf der rechten Seite bei Trending. Oh ja, natürlich. Da müssen wir ein bisschen weiter runter, glaube ich. Aber hier, fantastischer Sieg für Liverpool. Absolut verdienter Dreier. Wo gehst du hin? Ähm, ich wollte bei Alexander mal gucken, ob da was neu steht. Achso. Ne, das... das... Oh, okay. Ja, immer noch, das sind immer noch alte Sachen. Da sehen wir ja, wie aktuell das ist. Ja, fantastischer Sieg. Natürlich, absolut verdienter. Meine Jungs von Liverpool waren heute bestens drauf. Der Sieg will gefeiert werden. Alexander kann sich heute vor heimischer Kulissen zeigen. Wichtiges Heimspiel ist das da. Ja, hat man schon. Gut, wir haben ein gutes Heimspiel abgeliefert. 29. März, das ist genau der Tag, der heute ist. Die Systemuhr geht richtig. Training. So, schießen. Geil. Also, mit Knarren. Jetzt kommt so ein bisschen GTA-Sequenz. Es wird immer anspruchsvoller natürlich. Aber erstmal muss natürlich Deacon wieder eine Ansprache halten. Ich finde das hier immer sehr wichtig, auch, dass dieses Ladebild hier immer gezeigt wird. Er ist bereit für ein bisschen Training. Komm schon, fangen wir an. Ja, er hat richtig Bock. Wir haben alle Bock. Ich muss einfach sagen, es motiviert mich auch. Wir haben alle hammermäßig Bock einfach. Das ist so eine mitreißende Rede gewesen gerade. Da bin ich jetzt auch selber voll dabei. Fangen wir an. So, was haben wir denn hier? Oh nö, jetzt müssen wir wieder schießen. Ach komm, das ist doch noch besser als das letzte, was wir machen mussten. Ja, aber es ist schwer. Das ist doch nicht so. Naja, tausend Punkte sind dann noch drin. Und deine Schüsse sind ja legendär. Die suchen ihresgleichen. Was war das denn? Guck's dir einfach an mit deinem Zauberfuß. Guck mal, Alex, du wirst ja immer besser, mein Freund. Putz! Yeah, Baby. War ja klar. Das war ja klar. Huah! Nice! Huah! Ja, da war... Aber drinnen trotzdem rein. Jeder Schuss ein Treffer ist ein bisschen wie aufm Rummel. Jeder zweite Schuss ein Treffer ist ein bisschen wie aufm Rummel. So, jeder Schuss ein Treffer ist wie aufm Rummel. Hä, was war das denn? Jeder zweite Schuss ein Treffer. So, ui, schön. Oh, sauber reingedreht und aufs Schild. Alter Schwede. Ja, das war... Auf jeden Fall. Das glaube ich aber nicht. So. Hä? Das ist auch ein riesiger Sportplatz hier. Finde ich schon sehr schön. Zack. Und das, ja, das war jetzt. So, exzellent natürlich. Also ganz ehrlich. Haben wir abgeliefert. So muss es sein. Chancen, oh nein. Dann nimmst du einfach mit. Chancenerarbeitung. Aber das kannst du auch. Ja, aber das mit den zwei Gegenspielern ist immer so... Oh, das ist immer so... Nein. Aber das kannst du gut. Vor allem die kommen erst später dazu, das ist voll böse. Ja, aber das kannst du gut. Ja, Hammer. Hier, siehst du doch. Chancenerarbeitung, du hast voll irgendwie glatte... Du hast den jetzt voll in den Sack geschossen, das war eine Chancenerarbeitung für später. Der ist noch nicht mehr so einsatzfähig. Mensch, der hält ja alles. Jawoll, immerhin, Mensch. So, du musst es einfach nur beobachten. Wenn er alles hält, musst du ihn unhaltbar machen. Verstehst du? Schönes Ding. Siehst du? Schönes Ding. Meine super Trainertipps helfen. Guck's dir einfach an. Aber, ja gut, hätte der getroffen, das wäre mega sauber geworden. Hat aber nicht getroffen, war nicht mega sauber. Och Mensch, der hält aber auch echt zu viel. So, pass auf. Der geht jetzt rein, das spüre ich. Jetzt ist aber mega Bauchgefühl. Mega Bauchgefühl, der wird sowas von reingehen. Okay, ich hab in den Sternzeichen gelesen, dass Menschen, die am 13. April geboren sind... ...den Ball nicht reinmachen. Am 13, warum am 13? War das nicht der 13? Nee, der 16. Ich hab's mir seit vorhin einfach nicht gemerkt, weißt du? Das waren nur 10 Minuten. Aber hey, so, ab dem 16. April. Jetzt kommen aber die am 16. April. Vorhin, die haben die reingemacht, aber da du ja nicht... Na, weißt du? Okay, am 16. April machen rein, oder wie? Ja, ja klar. Okay. Das steht heute im Horoskop in Hör zu. Okay. Ich hab dir Hör zu nicht abonniert. Was soll ich denn noch machen? Ich hab dir Hör zu nicht abonniert. Ich möcht' das nur noch mal sagen. Mensch, du gehst mir aber auch auf den Sack. Also, ganz ehrlich. Also, die da. Ach so. Nicht du. Ich wollt grad weinen. Boah, ey. Das ist so nervig, ne? Kann man nicht wegsnipern? Das ist fast schlimmer als... Öde, ey. Gibt's denn nicht ein DLC, das man irgendwie... Am anderen Rechner, Multiplayer-mäßig noch mit einem Sniper... Okay, das war aber faul. Focus! Ja, ey. Toll, Tor, geil. Ich würd' sagen, das wird exzellent. Wie lange geht das? Ja, er hält mit dem Kopf! Mann, ey. Das wird schon noch. Guck dir das mal an! Ja, aber das wird schon noch. Das wird schon noch. Guck mal, siehste. Das ist ja grad nur so ne Phase. Denk an das Voodoo. Das Mojo ist stark in dir. Ja. Okay, das Mojo muss passen. Ja. Ja. Sein Mojo ist auch stark, aber deins ist auf jeden Fall stärker. Er wird natürlich immer wieder versuchen, dich aufzuhalten. Aber du darfst dich im Leben nicht von solchen Leuten rumschubsen lassen. Denn so wird's gemacht. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Alex! Alex! Wenn der noch einmal da reinkrietscht, ne? Dann krietsch mal zurück, ganz ehrlich. So. Hey, come on! Mh! Come on! Mh. Der schießt ihn doch einfach weg. Hey Thor, hey! Ja, so wird's gemacht. So wird's gemacht. Jetzt weiß der wie es geht. Mach einfach weiter so. Nein, was ist denn das schon wieder? Der war immer viel zu weit. Das muss man aber auch sagen. So. Guck mal, der klebt hier halt direkt. Aber es ist halt, so ist es ja real. So ist es ja eigentlich. Der ist doch nicht soo hartnäckig. Naja, doch. Was sollen die denn sonst machen? Okay, die sind wirklich... Das ist wirklich ein bisschen sehr, äh... Ja, so, Alter! Jetzt ist aber Krieg. Warum haut der den nicht immer so rein? Ich weiß es nicht. Das war schon richtig ordentlich. Ja, war ein guter Schuss, aber leider... Zu viel Winkel drin. So, warte. Nein, ich komm da einfach nicht durch. Du musst vor dem Tor einfach einen Pass spielen. Wenn's geht, natürlich. Aber das Problem ist, man ist immer auf den NPC angewiesen. Ja, das ist es halt. Der muss halt auch freistehen, ne? Genau, genau. Und der muss vor allem richtig stehen. Wenn der jetzt sonst wo rumtänzelt, hinter dir, bla bla bla, irgendwo... Jaaa! Sehr gut, sehr gut. Endlich mal. So, sehr gut. Oh, da war einfach zu viel Action auf einmal. Aber der war alles noch im Spiel. Geht's ja nicht auf Zeit? Ich weiß es gar nicht. Gut gemacht. Wollen wir nochmal oder wollen wir nicht? Komm, wir können das so lassen. Scheiß drauf, ja. Weil, ganz ehrlich, komm. Ganz ehrlich, das wird auch nicht mehr besser. Ich kann das jetzt nicht mehr ernst nehmen. Wir werden dann später eh ausgewechselt, weil wir können alles mit A schließen. Wir werden dann einfach ausgewechselt. Wir könnten 20 Tore im Spiel schießen, wir würden sowieso ausgewechselt. Weil KI... Er hat einfach von Anfang an was gegen uns gehabt. KI-Kloppo ist vorneidisch, ey. Das vorneidisch auf deine Twitter-Follower. So, jetzt reicht's aber auch mal hier. Jetzt will ich mal wieder spielen. Mhm. Training ist nicht so... nicht so peppig. Hallo. Vor allem, dass man dauernd immer wieder trainieren muss. Das ist ein bisschen repetitiv, muss ich leider sagen. So ein bisschen so... Ich verstehe das warum, aber trotzdem ist es so ein bisschen so... Wir machen einfach mal... Oh, die haben wieder was geschrieben. Mr. Alexander ist eine Wucht am Ball. Der muss immer in die Startelf, sonst verlieren wir. Hashtag Wahrheit. Steht Mr. Alexander in der Startelf, verdient hat er es. Und Theo Bellmann, England braucht frisches Blut. Das tut ja beim Hingucken schon weh. Ruf mal einer Mr. Alexander oder Real Gas Walker an. Catherine Hunter schreibt, England braucht talentierte Nachwuchsspieler, die für neuen Schwung sorgen können. Und ich kenne da einen, Mr. Alexander. Michael, unser Manager, schreibt, Die Nationalmannschaft braucht jetzt junge Talente, wir müssen mit Alexander, ihre Zeit wird kommen. Ich hoffe doch. Und Recht hat der Mann natürlich. Also Nationalmannschaft wäre natürlich schon nochmal ein Stückchen, also das wäre natürlich eine Ehre, ne? Ja. In der Nationalmannschaft, äh, in dem Trikot aufzulaufen. Es wäre eine Ehre für die Nationalmannschaft, wenn wir dann im Trikot auflaufen. Da hast du völlig recht. Das wäre ein Hammer. Das hast du genau so gemeint, ich weiß es. So. Ja, weiter geht's. Wir machen einfach durch jetzt, komm. Ja. Wir sind fünfter wieder, mal wieder. Chelsea ist dritter, woher auch immer das kommt. Das weiß man nicht so genau. Aber das sind immer nur drei Punkte. Guck mal, Arsenal vom vierten Platz hat nur einen Punkt mehr als vier. Das wahrscheinlich immer, das wahrscheinlich immer, äh, Dollar Liverpool plus drei ist gleich Chelsea oder so. So. Aber jetzt, äh... Jetzt mal. Oh Gott, ey. Welche geile Mucke. Endlich wieder Fußball und mit mir kommentiert heute Frank Puschmann. Was für eine Überraschung. Das ist unerwartet. Endlich mal wieder die beiden. Hab sie vermisst. Ja. Das ist ein Derby. Ey, Chang. Chang ist thailändisches Bier. Everton ist, äh, ja die Mannschaft, die wir letztens erfahren haben, die am Anfang hier in dem Stadion gespielt haben. Aha. Quasi der Nachbar und deswegen halt ein sehr wichtiges Spiel, weil es halt ein Derby ist. Oh, okay. Ist vergleichbar mit Schalke gegen Dortmund und sowas. Das sind halt immer so Revierdinger. Wird lustig. Also ein Freundschaftsspiel. Ja, auf jeden Fall. Mit Blut. Einfach nur aus Spaß. Okay. Das macht nix. Unsere Trikots sind eh schon rot. Das stimmt. Und es gibt einen Grund dafür. Ist alles Blut der Gegner. Und heute wollen wir mal Riecher auf den Tisch hauen. Ja. Glaube ich. Hoffe ich. So. Wir machen einfach jetzt hier wie so ein Wildessturm. Ich mache Bartkratzgeräusche. Ich tue so, als wäre ich Klopper am Spielfeldrand. Geil. So. Richtig geil. Um Modernisierung. Um mehr Plätze. Denn davon wird es dann 60.000 geben. 60.000 Plätze wird es hier geben. Habt ihr gerade gehört. Hier wird modernisiert. Das gesamte Stadion. Klasse Technik. Aber natürlich ist das gerade nicht das Thema. Denn wir gucken gerade erstmal. Die Gegner beschnüffeln sich erstmal. Wie 200. La la la. Im Stadtpark. Der rastet da immer raus. Ja. Obwohl da noch nichts passiert. Weißt du so. Hm. Naja. Aber das war die grobe Richtung. Das war ja noch nicht. Das ist ja. Jetzt sind wir wieder schuld. Grob wie Mettwurst. Gleich auswechseln. La la la. Ha. 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 Schade. Aber wir fangen gut an. Der hätte aber jetzt. Wenn das jetzt. Das wäre natürlich ein Träumchen. Natürlich. Aber man sieht auf jeden Fall. Die Chancen sind auf jeden Fall jetzt schon da. Das Spiel startet sehr stark. Ja. Wir sollten natürlich darauf achten, dass wir die Chancen beibehalten. Ja klar. Mal nutzen oder sonst was. Ja. Spieler im Fokus sind wir auch wieder. Das ist schön. Hoffentlich ist das nicht äh zum Nachteil. Oh Gott. Was macht der denn jetzt hier? Das kann ich ja wahnsinnig. Der macht jetzt. Der macht jetzt einen Alleingang hier. Aber das kann nichts werden. Der kann aber den Ball vorlegen. Der kann aber nichts werden. Alleingang ist immer sehr schwierig. Kein Teamgeist. Sehr schwache Leistung vom Gegner. Den könnte man mal auswechseln. Klopp. Ja. Ja. So. Na. Mr. Alexander. Auch eine schwache Leistung. Tut mir leid. Kann aber passieren. Gerade im Augenwinkel noch das Rot gesehen. Und da war es auch schon wieder weg. Jawohl. Schön rausgegrätscht. Das schreit doch nicht so. Der ist echt so ne. Da ist doch ein Satz. Damit kommt er auch an den Ball. Und nun Lallana. So. Zu viel. Es war zu viel. Mann. Riesiger Ameisenhaufen. So. Wie kommt der denn da vorbei? Aber hinten ist halt geschlossen. Eigentlich. Also eigentlich wäre er hinten geschlossen. Den holen wir uns wieder. Ja klar. Da war einfach auf zu viel aufgeboten. Lallana. Schön nicht fing. Ich feiere den Namen. Lallana. Das ist so schön musikalisch. So. Jetzt aber. Vorlage. Und Ablage. Kein Problem. Ball wieder zurückgeholt. Ball wieder weggegeben. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Warum kommt da denn so ein Ludac Ball? Ich habe keine Ahnung. Ich habe vernünftig gedrückt. Vielleicht ist das Gamepad kaputt. Ja auf jeden Fall. Das würde auch alle meine Spieler erklären. Ich hätte gerne auf einer Linie mit den Verteidigern auf. Aber dann hat das Timing nicht ganz gestimmt. Komm schon Leute. Wir können es doch. So jetzt wieder Spielführung nach vorne. Das ist alles so eng da hinten. Guck mal die haben da einfach eine Fünferkette. Ja na klar. Aber trotzdem dafür, dass sie eine Fünferkette haben, hatten wir schon erstaunlich viele Chancen. Das heißt die Fünferkette ist da, aber sie ist nicht so stark. Ja, aber bisher sind die Chancen auch eher nur so ein bisschen, weiß ich nicht. Sie sind natürlich kleckerweise gesät und ein paar wurden vergeben. Auch ein paar Chancenvorlagen wurden vergeben. Aber ich denke das ist ganz normal bei der Spielfindung. Und jetzt Mr. Hunter. Nein. Fast wärs wieder gewesen. Die zweite Torchance. Mach ihn doch einfach rein ey. Es war die zweite Torchance. Jetzt wird er ausgewechselt. Es war die zweite Torchance. Beides Male Mr. Alex Hunter. Und ich denke da dürfen wir von diesem Spiel noch ein bisschen was erwarten. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt nochmal Mr. Hunter. Ja man. Ja. Wunderbar eingetütet. Endlich. Meine Güte ey. Endlich haben wir noch einen Vertrag draus. Lange Zeit verhandelt. Jetzt ist er drin. Wunderbar. Boah das war, das ist immer so ein bisschen erleichtert einfach. Guck's dir einfach an. Mr. Alex Hunter ist auf jeden Fall der wichtigste Mann der Mannschaft geworden. Das muss man doch sehen. Ja na klar. Das muss man doch sehen. Gareth Walker knirsch wieder mit seinen kleinen Schneckenzähnchen. Aber vielleicht geht jetzt mehr. Und jetzt. Gegner ein bisschen aggressiver. Geht mehr drauf. Aber auch das wird ihm nichts nützen. Denn dafür sind wir zu stark im Angriff. Und Angriff ist das was wir immer spielen. Willst du mich verarschen? Hammer Aufbruch. Ja. Danke KI Kloppo. Für deine Hammer Aufbruchstimmung. Da fehlt einfach die Konzentration. Da fehlt gar nichts. Das passiert halt mal. So jetzt wieder Alex Hunter am. Der Zauberknabe. So. Und man fragt sich bereits. In Profikreisen fragt man sich. Wie konnte Fußball bisher ohne Alex Hunter überleben? Das ist natürlich die Frage. Ja. Denn wenn man bedenkt was das vorher vor ein Trübels hin und her war. Hier in der KI Welt. Oh Gott. Aber dieses 1-0 ist schon mal wichtig. Ja klar. Und ich glaube da geht noch mehr. Hier wieder diese eine Szene die wir immer sehen. In jedem Spiel. Verträumte Spieler in Zeitlupe. Es ist einfach schön. Und die Schuhe. Wann waren Sieg zum letzten Mal im Ballett? Ja. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt. Jetzt Hunter. Der Balletreffer. Jetzt wird's gefährlich. Wunderbar. Na guck mal wie wir jetzt nicht wollen. Ja ich bin geil. Ja. So Wanne. Klasse Treffer aus Kurser Distanz. Da zahlt sich dein Torriecher aus. Du zeigst enorme Übersicht und findest deine Kollegen immer wieder mit technisch hochklassigen Direktpässen. Du bist mit deinen kurzen Pässen enorm erfolgreich. Wertung 7,7. Schön dass das auch mal auffällt. Ja. Aber ich will da jetzt kein Vertrauen reinsetzen weil... Ausgewechselt. Da habe ich Bewegung auf der Bank? Nee ey wenn ich diesen Satz höre. Bitte nicht. So was machen wir jetzt? Wollen sie das Spiel simulieren oder weiter anschauen? Oh jetzt macht er ja den Hackentrick Simulator. Mit dem Ball am Fuß Richtung Gegner durch das Tor. Schönes Ding. So. Nee aus der Chance wird doch nix. Jetzt ist der Gegner am Ball. Komm Alex. So der Gegner sind wir und das ist gut. Mr. Alexander schon wieder vor dem Tor. Wieder am Ball. Das war knapp aber das war sehr haltbar. Aber Abschüsse sind wichtig. Ja. Schöne Vorlage. Schöner Abschuss. Sind sie für dich ein Zielkandidat? Also unter normalen Umständen haben da glaube ich zumindest andere Teams in der Premier League die Nase vorn. Was? Was? Und wer weiß was Jürgen Klopp aus dieser Mannschaft noch macht. Ja Jürgen Klopp auf jeden Fall. Gar nix. KI Kloppo kann nix. Jürgen Klopp. Spieler im Fokus Jürgen Klopp. Hehehehe. Er macht das Stein. Er hat sein Tor gemacht und in einer reichen Szene ja wirklich etwas Pech gehabt. Sonst wäre das schon der Doppelpack gewesen. So. Okay Mr. Alexander steht grad rum. Hehehehe. Hehehehe. Okay. Ahhhh. Das war zu früh. Aber sehr gut. Eckball ist sehr gut. Aber auch zu früh geschossen. Komm schon! Oh man. Mann ey. Haben die grad ausgerechnet? Ich weiß gar nicht. Ich hab mich gar nicht gefragt. So. Reicht aber noch für ein weiteres Tor? Ich bin da sehr optimistisch. Nein! Jetzt hält der aber auch alles wieder. Ja! Steven Spielberg hält wieder alles. Hat gedauert. Hat gedauert. Ja. Er hat aber genau, was er gezündet hat. Was ist da los? So warte. Okay den haben wir noch, den haben wir noch. Hmmm. Ja. Kannst du wieder reinbringen? Ne ja abseits. Schade. Schade. Mann. Ja damit hast du nicht gerechnet mein Freund ne? Schöner, schöner provozierter Einwurf. Und da haut dann raus. Schade. Okay. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Haben wir noch. Gleich gibt's ne Auswechslung bei der Einmannschaft. Ne. Nein. Ich will nicht ausgewechselt werden. Oh oh. Ich dachte schon. Gleich gibt's ne Auswechslung. Alex Hunter jetzt. Raus. So. Alex Hunter. Sie warten. Das ist jetzt seine Chance. Ja. Ja. Wunderbar. Wunderwunderbar. J sei Dank. Sehr, sehr schön. Und es sieht so aus wie der Sack zu sein. Und gleich ausgewechselt. Sehr, sehr schön rausgehauen. Wir haben ein bisschen das Spiel schnell gemacht mit dem Doppelpass. Ja. Schick. Ja Wolf, dann fällt eben auch mal das Tor. Dann fällt auch mal das Tor. Schön. Und jetzt kommt's. Ich hab ein bisschen Angst weiter zu drücken, weil die Auswechslung steht bevor. Ich weiß nicht, wer ausgewechselt wird. Ja, aber selbst. Wir könnten noch drei Gegentore kassieren. Okay, wir sind noch da. Wir sind noch da. Okay, sehr gut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. So, was soll jetzt noch passieren? Ne, das Problem ist halt mit welcher Berechtigung. Weißt du? Ja, ja klar. Aber das hat hier noch nie eine Rolle gespielt. Ja, das stimmt leider. Das ist echt traurig. Was? Nee, das war nix, mein Freund. Das war ein bisschen harmlos, ne? Wo so? Der ist gut. Der ist sehr weit, aber der ist ungenau. Okay, 2-0. Das sieht sehr gut aus. Ja. Ich hoffe nur, dass wir das jetzt einfach über die Zeit bringen und dann einfach mal O ist. Schön. Sie suchen die Lücke. Ah, Mann. Und da kommt er an den Ball. Das wäre natürlich, vom Alexander jetzt noch ein Tor, das wäre natürlich noch perfekt. Ja. Aber das ist nicht perfekt. So, ich bin grad hochkonzentriert. Ich entschuldige mich. Ich würde gerne mehr quatschen, aber ich bin grad so im Spiel grad drin. So, jetzt einmal nach vorne. Lallana. Gutes Zuspiel. Okay. Das ist unfassbar. Woher denn hin? Oh. Das hätte grad noch ein schönes Tor werden können. Zum Abschluss, würde mir das gefallen? So ein drittes Türchen? Aller guten Dinge sind drei. Eben. Und wir sind hier definitiv in der falschen Spielehälfte. Das gefällt mir gar nicht. So. Oh ne, der kriegt aber auch den Abfaller jetzt, ne? Jetzt ist aber, jetzt ist aber das gefällt... Oh, oh nein! 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 Okay, das müssen wir jetzt. Komm, jetzt machen wir den Sack zu mit Alex. Und die Fans geben jetzt nur noch richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Siegerfest. Eine ganz enge Kiste. Was? Kein Siegerfest? Ne, steht da auch noch nicht. 2-1. Klar steht ein Siegerfest. 2-2 für mich? Endgültig. Ja, natürlich. Aber du weißt, was ich meine. Oh man, ich meine diese Abseits, Mensch. Oh! Okay, es ist aber neunzigste. Ja, komm. Nachspielzeit drei Minuten. Weh, 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 weh. Ja, das war's. Oh Gott. 2-1 gewonnen. Jetzt steht ein Siegerfest. Jetzt steht ein Siegerfest. Es ist noch nicht ganz sicher. Jetzt ist es auf schwarz und weiß abgedruckt. Oder? Hauptsache gewonnen. Hauptsache gewonnen, ja. Ja, das kann es aber auch nicht sein. Hauptsache gewonnen ist natürlich schön, aber... Am Ende zählen natürlich die Punkte, aber... Was denkst du? Naja, es war ne Zitterpartikel. Ja, 2-0 hätte mir trotzdem besser gefallen. Ist einfach sauberer. Ich hätte ja um ein Haar ein Doppelpack erzielt, aber das eine Mal stand eben das Aluminium im Weg. Schade, aber es hat ja für die Zierkarte. Na gut, 2-1 nehmen wir so mit. Kann man machen. Hier wieder die Sequenz, die wir zum zehnten Mal sehen. Sehr schön. So, 7,9er Wertung. Na ja, ne gute Szene. Vielleicht geht der Ball beim nächsten Mal aufs Tor. Kriegen wir schon hin. Ich glaube auch. Kloppo, du musst nur an uns glauben, dann passt das auch alles. Richtig. Dann passt das. Du musst uns die federliche Stränge, aber auch die Treue zeigen. Gehen wir kurz raus. Oh ne. Alles gut. Alles gut. Du drin? Hi.